Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchala und heute wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein mehr oder minder schickes Wurm-Mount. Und zwar sitze ich da schon drauf, dieses schimpft sich hier Entzotz-schwarze Schlange. Und wo wir die herbekommen, werden wir gleich drauf eingehen. Vorher will ich aber noch die anderen Schlangen-Models zeigen, dass ihr so ein bisschen einen Vergleich habt. Diese bekommen wir vom Meta-Achievement aus den Visions. Und jetzt schauen wir uns aber vorher noch die anderen an. Es gibt dann drei andere noch. Jetzt geben wir hier mal Vision ein. Da haben wir noch mal den Post-Mumper. Den bekommt man von dem Rare in den Visions. Hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Der ist halt ein bisschen in einem helleren Ton, wie hier die schwarze Schlange. Dann haben wir über Mythic Plus, also hier Schlüsselstein, den erweckten Gantenbohrer. Der ist quasi so von den Farben ein bisschen umgekehrt und ein bisschen dunkler oben heller. Und dementsprechend kriegt man den, wenn man alle Mythic Plus-Dungeons 15 In-Time schafft. Der wird wahrscheinlich nach BFA nicht mehr erspielbar sein. Und den letzten kriegen wir aus der Raid Instance, also aus Nialotha. Und zwar den zuckenden Parasiten. Und der ist oben lila, unten weiß. Und dementsprechend kriegt man den vom Meta-Achievement aus Nialotha. Also sprich, man kann es auch im NAC machen und kann die ganzen NAC-Achievements bei den einzelnen Bossen machen. Dazu kommt das Video die Tage noch. So, was müssen wir dann hier für unser heute behandeltes Mount, also die N-Zotz-Schwarze Schlange machen? Dafür brauchen wir das Meta-Achievement aus den Visions. Für dieses müssen wir zwei Sachen erfüllen. Einmal hier, ja, die verströmte Vision in Ugrimah und in SW abschließen. Das ist alles eigentlich soweit kein Stress. Schwieriger wird hier der zweite Teil. Und zwar müssen wir da die verströmten Visionen von Stormwind und die verströmten Visionen von Ugrimah diese Achievements haben. Und die beinhalten ein bisschen mehr. Nicht nur, dass man einmal die Vision abschließen muss, also Aleria umboxen muss. Sondern hierfür müssen wir alle Viertel clearen und das mit fünf aktiven Masken. Und zwar sowohl in SW als auch in OG müssen wir das machen. Heißt, ihr müsst Minimum zwei Full Clears hinlegen mit allen Masken an. Also sprich, das Schwierigste, was eigentlich in den beiden Visionen machbar ist. Dann haben wir noch zwei weitere Punkte und zwar unterschiedliche Entschlossenheit. Und dafür müssen wir einmal den Umhang auf 15 basteln. Das war das letzte, was tatsächlich mir noch gefehlt hat. Also sprich, einfach den Umhang hier hoch basteln. Den konnte man ja jede Woche nur um eine Stufe erhöhen. Deswegen habe ich einfach warten müssen, bis ich quasi jetzt meinen Maut bekommen habe. Und das letzte ist eigentlich die Geschichte, die wir wahrscheinlich schon alle haben. Und zwar, wir haben die Technologie. Dafür müssen wir diese Technologien in der Herzkammer einmal komplett ausgillen. Und sobald wir das haben, haben wir auch diese Voraussetzungen erfüllt. Aber bevor ihr nicht die Technologien habt, glaube ich nicht, dass ihr in beiden Visions einen Full Clear mit fünf Masken macht. Weil ohne diese Skill-Sachen ist es tatsächlich schon relativ schwierig. Obwohl ich sagen muss, jetzt die letzten paar Male, wo ich drin war, habe ich tatsächlich einen Full Clear hingekriegt. Ohne, dass ich quasi hier die Ops gebraucht habe oder auch mein Free Dev. Also das geht schon alles. Aber im Normalfall hat man es natürlich an dem Punkt schon komplett durchgeskillt. Genau. Das sind soweit die Voraussetzungen. Für Leute, die jetzt gar nicht wissen, okay, wie komme ich zu diesen Visions, wie mache ich das. Vielleicht schaut ihr das Video auch erst, wenn der nächste Patch schon ist und das Ganze nicht mehr aktuell ist. Kleine Randinformation. Diese ganze Geschichte mit den Visions könnt ihr erst laufen, wenn ihr diesen Umhang habt. Diesen Umhang bekommt ihr, indem ihr die Pre-Quest oder die komplette Story-Quest-Reihe aus 8.3 spielt. Und diese könnt ihr aber erst starten, wenn ihr in Nasiata ein bisschen was freigespielt habt. Heißt, wenn ihr bei 0 anfangt, müsst ihr mit eurem Char die Nasiata-Pre-Quest spielen. Die startet automatisch in Boralos oder in Daza-Alor. Auf dem Schiff war es, glaube ich. Da müsst ihr einfach nach Nasiata so lange spielen, bis euch Magni in die Herzkammer schickt. Von der Herzkammer geht es dann aus, glaube ich, in Eterians Lair. Und dann spielt ihr diese Quest-Reihe so lange, bis ihr die Flammen-Essenz habt. Sobald ihr diese Flammen-Essenz habt, könnt ihr in SW bzw. in Daza-Alor eine Quest annehmen. Die 8.3 Story-Quest-Reihe. Und die müsst ihr Tutti komplett durchspielen. Die erkennt ihr daran, dass ihr dann auch so ein kleines Video relativ schnell am Anfang habt. Ihr werdet nämlich sowohl als Hordler als auch als Allianzler quasi in die, ja, nach SW geschickt. Und dann gibt es ein kleines Video mit Raphion und so weiter. Und dann müsst ihr die komplette Quest-Reihe durchspielen. Dauert etwa zwei Stunden und am Ende habt ihr diesen Umhang. Und sobald ihr diesen Umhang habt, müsst ihr quasi Ressourcen sammeln. Und zwar gibt es die Ressourcen einmal hier über die Angriffe im Tal, als auch die Angriffe hier im, ja, in Uldum. Und zwar sind das einmal diese Ressourcen, manifestierte Visionen. Und diese könnt ihr wiederum eintauschen bei Raphion hier in der Herzkammer gegen hier diese Vessels. Und die sind quasi eure Eintrittskarte, wenn ihr hier auf das Portal drückt, um reinzukommen. Das ist jetzt mal die extreme Kurzfassung. Genau. Und dann spielt ihr euren Umhang einfach hoch und versucht mit immer mehr Masken das ganze Ding zu machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wo kriege ich alle Masken her? Wo kriege ich vielleicht auch Weak-Auren her, die ich zum Beispiel benutze? Wie sind die Routen von den Visions, die bei mir zum Beispiel funktioniert haben, um jetzt relativ easy die fünf Masken-Runs zu machen? Alle diese Sachen habe ich in verschiedenen Videos schon verpackt und habe dementsprechend die in die Playlist gepackt. Das ist auch einmal ein Ding, was kann man für Buffs nehmen? Wie kann man sich noch ein bisschen stärker in den Visions machen? Also da habe ich x Videos zugebastelt. Die habe ich jetzt alle in die Playlist gepackt. Werde ich euch einmal oben im i verlinken, als auch in der Infobox reinposten. Weil wenn ich jetzt das alles nochmal hier erzählen würde in dem Mount Guide, dann wäre der, ja, eine Stunde lang. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Wie gesagt, die könnt ihr dann nochmal einfach reingucken. Und ja, dann müssen wir einfach die besagten Dinge uns fürs Meta-Achievement farmen. Und dann habt ihr auch schon, wie ich, das mehr oder minder schicke Wurm-Mount. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende von dem kleinen Video. Wie gesagt, schaut in die Playlist rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie auch drin sind, es sind Tipps und Tricks drin, es sind mehrere Runs von den ganzen Visions drin, mehrere Clear Runs. Und ja, dementsprechend auch die Anleitung, wie ihr die Masken kriegt, die braucht ihr nämlich auch dann für den 5-Masken-Run. Okay, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.